Vor etwa 10 Jahren wird ein Handyspiel über Nacht extrem erfolgreich, beschert dem Entwickler hohe Einnahmen und wird dann aber nach wenigen Wochen plötzlich eingestellt. Dann tauchen Smartphones auf, die mit diesem Spiel erst für zehntausende Euro, später dann für bis zu umgerechnet 119.000 Euro gehandelt werden. Die skurrile Geschichte hinter Flappy Bird erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu U-Labs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Im Mai 2013 erschien Flappy Bird als mobiles 2D-Spiel für Android-Smartphones. Das Prinzip war denkbar einfach. Ein Vogel fliegt von links nach rechts über den Bildschirm, Rohre versperren ihm dabei die Bahn, doch jedes davon hat eine Lücke. Man muss den Vogel nach oben und unten steuern, damit er genau durch die Lücken fliegt, dann bekommt man für jedes Rohr einen Punkt. Wenn das Tier jedoch ein Rohr berührt, dann endet das Spiel. Die Idee dahinter stammt von einem damals 29-jährigen Entwickler aus Vietnam, der sich dabei von Angry Birds inspirieren ließ. Das Spiel kennen bestimmt einige von euch, es wurde 2009 veröffentlicht, dort musste man Vögeln mit Schleudern ihre Eier gegenüber Schweinen verteidigen. Das fand er aber zu kompliziert und schuf deswegen Flappy Birds, also fliegende Vögel statt wütende. Es vergehen einige Monate, in denen das Handyspiel keine besonders hohe Aufmerksamkeit bekommt. Auch als es später dann noch für die Apple-iOS-Plattform erscheint, sind die Kritiken mit Beispiel 252 von 100 Punkten nicht besonders positiv. Doch das sollte sich schon bald ändern. Erst erwähnte ein Freund das Spiel im Jahr 2014 auf Reddit. Der endgültige Durchbruch gelang aber, als Ende Januar ein bekannter YouTuber aus Schweden es in einem Video zeigte. Kurz darauf zählte es zu den am meisten heruntergeladenen mobilen Apps unter beiden großen Plattformen, also Googles Android und Apples iOS. Aber schon am 8. Februar 2014 kündigte der Entwickler auf Twitter an, dass er seine App schon in 22 Stunden wieder offline nehmen wird. In dem kurzen Beitrag heißt es nur, ich halte das nicht mehr aus, weitere Gründe gab er nicht an. In der großen Fangemeinde gab es schon schnell Spekulationen, warum er das getan hat. Viele dachten, dass es da rechtliche Probleme von Nintendo gab. Das wäre durchaus vorstellbar. Die Grafik hat nämlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Klassiker Super Mario World aus den frühen 90er Jahren. In einem Tweet auf seine Ankündigung verneinte er aber schon kurz darauf, dass es irgendwas mit rechtlichen Problemen zu tun hat. Das machte die Ratlosigkeit aber nur noch größer. Viele fragten sich, was war denn dann geschehen? In einem am 11. Februar 2014 erschienen Interview mit dem Forbes Magazine äußerte er sich erstmals ausführlich zu den Gründen. Flappy Bird sei für ihn als kleiner Zeitvertreib für zwischendurch zur Entspannung gedacht gewesen. Stattdessen habe es aber die Nutzer süchtig gemacht. Der Entwickler sah darin ein Problem, das am besten gelöst wird, indem er die App abschaltet. Neben den Schuldgefühlen lag ein weiterer Grund in der Aufmerksamkeit, die ihm missfiel. Sein Leben war durch die App nicht mehr so angenehm wie zuvor und er konnte nicht mehr schlafen. Bereits als das Spiel noch online war, soll er zudem Todesdrohungen erhalten haben, die sich dann nochmal verschärften, als er ankündigte, es offline nehmen zu wollen. Die Entscheidung, das Spiel einzustellen, sei daher kein Schnellschuss, sondern gründlich überlegt. Bei dem Interview wirkte er extrem nervös, rauchte mehrere Zigaretten in nur 45 Minuten und kristelte nebenher Zeichnungen auf Papier. Grundsätzlich Spiele entwickeln wollte er weiterhin, zu diesem Zeitpunkt hatte er noch mehrere andere Spiele für Mobilgeräte in den App-Stores. Diese waren zwar nicht so erfolgreich wie Flappy Bird, jedoch mit Platz 6 und 18 auf iOS damals durchaus kein Flop. Sie sollten nicht entfernt werden, da er sie als harmlos bewertete und die Nutzer nicht süchtig machen würde. Durch den Erfolg von Flappy Bird habe er nicht nur Selbstbewusstsein erlangt, sondern auch die Freiheit, das zu tun, was er möchte. Ein Erfolg war das Spiel ganz offensichtlich. Eine archivierte Seite vom 9.2.2014 zeigte über 548.000 Nutzer alleine unter Android. Diese Fassung wurde offensichtlich wenige Stunden, bevor er die App aus dem Store genommen hat, angelegt, denn schon beim nächsten Snapshot, wenige Stunden später, zeigte die Google Play Adresse bloß noch eine 404-Fehler-Seite. Die Spieler mussten zwar nicht direkt für die App bezahlen, aber indirekt über die eingebaute Werbung. Und die Einnahmen dadurch sind bei derart hohen Nutzerzahlen beachtlich. Durchschnittlich 50.000 US-Dollar nahm er damit zu dieser Zeit ein und das jeden Tag. Auf den Monat gerechnet macht das 1,5 Millionen US-Dollar und das nur mit diesem einen Spiel. Auch wenn er diese Spitze wohl nur für wenige Wochen erhielt, ist das schon eine beeindruckende Summe dafür, dass er laut eigenen Angaben nur 2-3 Tage Entwicklungszeit in das Spiel gesteckt hat. Seine Ankündigung machte er zwar wahr, aber er löschte die App lediglich aus den App-Stores der mobilen Plattformen. Zig Millionen hatten sie zu dem Zeitpunkt ja bereits heruntergeladen. Dazu kamen sicher nochmal einige zusätzlich aus Neugierde, nachdem er ja das 22 Stunden vorher angekündigt hatte, dass er die App löschen wird. Bei all diesen Leuten wurde sie nicht unbrauchbar gemacht und konnte weiterhin gespielt werden, solange man das Gerät nicht wechselte und diese bestehenden Installationen, die haben ja noch eine ganze Weile Werbeeinnahmen generiert auf unbestimmte Zeit. Der Geldfluss, der ist mit dem Entfernen also nicht plötzlich gestoppt worden, sondern es kam lediglich kein neues Wachstum mehr hinzu. Weil er die App dann aber tatsächlich aus den App-Stores löschte und man sie daher nicht mehr auf neuen Smartphones installieren konnte, stieg der Hype nochmal an und ging so weit, dass Smartphones mit installiertem Flappy Bird Gebote von bis zu 130.000 US-Dollar erhielten, das wären zum heutigen Zeitpunkt umgerechnet über 119.000 Euro. Man darf sicher anzweifeln, ob diese Gebote alle echt waren, aber unbestritten ist, zahlreiche Handys wurden nach Abkündigung des Spiels für weit mehr Geld verkauft, als sie in reiner Geräteform ohne Flappy Bird wert gewesen wären. Aus heutiger Sicht mag es verwirrend und seltsam erscheinen, dass jemand mit seinem Spiel so viel Glück hat, dass es derart erfolgreich wird und das dann vom Markt nimmt, weil es zu sehr süchtig macht. Ungeachtet der schon damalig geäußerten Spekulation, ob das wirklich der wahre Grund war oder ob das nicht eher eine Marketingmaßnahme gewesen sein soll, ist seit Jahren mittlerweile recht gut dokumentiert, Unternehmen investieren viel Geld, um ihre Nutzer mit diversen psychologischen Tricks auszunutzen. Ein Entwickler erfolgreicher Spiele fasst es mal wie folgt zusammen, Zitat, Wir müssen die Spieler zu uns holen, sie süchtig halten und sie dazu bringen, weiterzuspielen. Zitat Ende. Und das gilt für alle Plattformen, die mobilen Geräte sind aus kommerzieller Sicht dafür am besten geeignet, weil sie noch stärker genutzt werden und fast immer verfügbar sind. Der Nutzer hat einen Tag nicht mehr gespielt? Kein Problem, man schickt ihm einfach eine Push-Beneinrichtigung, dass er da gerade irgendwelche wichtigen Punkte oder Erfolge verpasst, die wird er beim nächsten Checken seiner Nachrichten sehen und dann vielleicht doch nochmal die eine oder andere Stunde ungeplant in dem Spiel verbringen. Das gleiche Ziel verfolgen übrigens nicht nur Spiele, auch kommerziell soziale Netzwerke wie Instagram, Twitter, TikTok und Co. sind mittlerweile darauf optimiert, damit du als Nutzer dort maximal viel Zeit verbringst. Denn das steigert die Menge an konsumierter Werbung und generierten Daten oder anders ausgedrückt, je süchtiger die Nutzer sind, umso mehr Geld verdient der Konzern dahinter. Unbestritten ist auch, dass das bei vielen Menschen funktioniert und daher einige süchtig nach Computers, Smartphones und anderer Unterhaltungselektronik geworden sind. Eine Debatte darüber, inwieweit Konzerne das ausnutzen dürfen, halte ich daher für sinnvoll. Allzu viel passiert ist nämlich in den 10 Jahren seit des Erscheinens von Flappy Bird nicht wirklich. Was denkst du dazu? Kennst du Flappy Bird? Wie findest du die Geschichte dahinter? Hast du es vielleicht selber früher sogar gespielt oder spielst du es immer noch? Poste es gerne auf ulaps.de im Forum oder hier in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.